Die Frage ist, wie verwendet man eine Routine in Talent? Ich habe hier verschiedene kleine Beispiele, deswegen sind sie zusammen auf der gleichen Seite. Und wir schauen uns das jetzt hier in Talent mal an. Diese Demo-Routine habe ich entwickelt. Ich klappe mal jetzt hier vorne alle zu, sage einfach hier Collapse All. Das sind vier Methoden drinnen, die ich aufrufen möchte. Der HelloExample, Get Random Open Day Calculate Percentage und Get File Fetch URL. Und die kann ich jetzt folgendermaßen verwenden. Hier habe ich eine Java-Komponente, wo ich das verwende, nämlich dieses Demo-Routine-HelloExample. Und dann hier unten kann ich einfach den Greeting ausgeben. Dann füllen wir das mal aus. Und da kommt jetzt Hallo Sampleil auf der Konsole zurück. Wenn ich jetzt hier nix rein übergebe, kommt Hallo mit nix zurück. Also nur ein Aufrufezeichen hinten dran, weil das Ding ja dann nicht Null ist, sondern einfach leer. Und ich könnte aber jetzt auch einen Null explizit rein übergeben, weil hier ein Null-Checkend drinnen ist. Und dann würde Hello World zurückkommen. Gut, aber ich möchte halt hier wieder meinen schönen Namen drin haben. Nein, also Spaß beiseite. Und jetzt das nächste Beispiel ist die Tmap-Komponente, wo ich dir diese Funktion Calculate Percentage zeigen möchte. Ich erzeuge da zwei Werte, einen Wert und eine Referenz und wende dann in einer dritten Spalte diese Funktion da drauf an. Und zwar hier mit dem Rout-Generator habe ich einmal Value und einmal Referenz als Daten definiert. Von 50 bis 200 und hier von minus 20 bis 123. Und er hat dann hier in der Map-Komponente im Output erstmal eine Spalte zusätzlich definiert, nämlich Percentage, die den Datentyp hat, der von dieser Calculate Percentage zurückgegeben wird. Und dann habe ich hier diese Calculate Percentage benutzt. Ich schmeiße das mal raus, um das dir zu zeigen. Also ich könnte jetzt einfach hier anfangen zu tippen oder ich kann natürlich auch hier unten hingehen und jetzt unter User Define gucken. Sagen, ach, das sind die, die String zurückgeben, sondern die hier wäre jetzt die richtige. Dann kann ich hier doppelklicken und dann wird das eingefügt. So, und jetzt muss ich hier für Value noch das Richtige eingeben. Das heißt bei mir Row 2.Value und das andere heißt Row 2.Reference. Dann können wir das gleich so machen. Und das ist alles, was ich brauche. Was ich jetzt hier noch machen muss, damit es explizit verwandelt werden kann, hätte ich in meiner Routine berücksichtigen können. Ich muss 0,0 dazu rechnen, damit diese Prozentumrechnung funktioniert. Okay, dann klicke ich hier OK und hier OK und lasse die beiden ausgeben. So, und warum kommt jetzt ein Int und ein Double rein? Warte ich gerade nicht. Int, Int und hier so ein Double, okay. Ah, hier habe ich ein Plus vergessen, ja. Schändliches Tippen von Java Quote, ein Talent. Ja, das war ein F80. Also, und jetzt sehen wir aber hier das Ergebnis. Nehmen wir uns mal etwas, wo wir vielleicht easy nachrechnen können, ob das klappt. Zumindest ungefähr, ja, hier 50 ist von 150 ungefähr ein Drittel. Also, das schaut hier schon mal ganz gut aus. Was können wir noch nehmen? Hier, das sind ungefähr, ja, das sind nahe 200 Prozent, 97 von 52. Das schaut also auch ganz gut aus. Und so können wir diese Funktionen verwenden. Dann hatten wir die nächste, die heißt Get Random Open Day. Die habe ich hier im Row Generator verwendet. Da habe ich jetzt hier einfach eine Spalte angelegt, die heißt Open Day. Ist vom Typ her String und dort diese Funktion verwendet. Ja, also einfach aus der Liste ausgewählt. Die hat ja keine Parameter und habe dann gesagt, erzeugt mir viel Rows und lasst mir das auf der Konsole ausgeben. Ja, da haben wir vier verschiedene Tage. Und zu guter Letzt haben wir diese FileFetch.URL. Das habe ich hier in dem Property Example verwendet. Nämlich, dass ich hier die FileFetch.URL nicht mehr per Hand angebe, sondern auch hier einfach eintrage. Demo.Routine.getFileFetch.URL. Geht super fix dazu vervollständigt und hat halt den Charme, dass ich das so wie diese anderen Funktionen aus der Routine an anderen Stellen verwenden kann. Und damit habe ich jetzt hier im Output die FileFetch.txt erzeugt. Aber das Wichtige war, ich habe dir jetzt gezeigt, wie man eine Routine in Java verwendet. Und. Vielen Dank.